Hallo Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Markus verlieren wird Was ist das für ein Typenwort? Ja kannst du das machen putzen? Nö Yo Leute, wir kommen zurück zu Let's Play Pokémon Unproduktivster Part, weil Markus heute spielt Ok, jetzt wird ihr sehen, was es ausweichen hat Willst du das richtig produktiv sagen? Na? Ging doch Was für süßes Handy verpisst, ey, ich komme wieder her Komm wieder her Ey, wenn ich das mache, würde ich jetzt wohl auslasten Du machst doch schon die ganze Zeit Weißt du, wie der Idiot einfach gerade rumschreit Was hast du jetzt gemacht? Hatte ich nicht gemacht? Da! Der One-Shot hätte du hören sollen Aber ich werde jetzt nur mit Asuna kämpfen Nein! Ach was, wir nehmen schon auf Der Juni, warst du nicht schon auf? Was machst du? Du war endlich! Oh, Alter, jetzt reicht's Jetzt, jetzt reicht's Ey, Mann! Markus! Hi Markus? Na, was ist denn? Hast du mich gesehen? Mit Geld angeworfen? Nein! Hey, Markus, du möchtest dann auch mal was sagen? Was denn? Ja, zum Beispiel durch den Kampf moderieren oder irgend so Das kannst du schon machen Was ich? Ist dein Part Ich hab das Gefühl, Markus wird verlieren Marcel, bist du jetzt scheiße Da hast du was Und da hast du die Meise Ist mir egal Was machst du? Ich zieh die Luft durch meine Nase Ist du tot? Ich nicht Es ist in der Nähe, hör auf! Nee, in meinem Ernst, geht doch auch nicht, hör auf Ey, ohne Witz Nein Kickli! Mega Kickli! Mega Kickli! Was gibt's noch zu? Anstatt Markus ne Flugattacke macht Nein! Nein! Ich weiß, du machst ja auch keine der Attacken Ich ja nein Ich geh alle jetzt durcheinander, ja Alle Attacken Okay Nein, du Kiuso bleibt da Er geht sterben wie seine Frau Markus geht halt echt alle Attacken einmal durch Was ist denn da? Was ist denn da? Ja, stimmt! Was war als nächstes? Ich glaube, wir sind tot, oder? Oh mein Hund Ich muss mal ganz kurz weg Oh mein Hund jaut, ich muss mal ganz kurz weg Wer ist politisch? Der hab ich ja eben schon gezeigt Was meinst du? Das ist die Masse Oh nein Oh nein, mach's nicht! Oh nein, mach's nicht! Du warst grad sch... schießen Oh scheiße! Oh scheiße! Schießene! Ahah, dumm kann eigentlich sein Nein, ich hab die Fanny rausgelassen Das ist das für uns, das ist das Verletzten, muss ich sagen Was machst du jetzt? So was muss man aufnehmen Ihr wisstet, Alter ja es gibt sogar was Was ist denn? Was ist denn? Mein HTC Weil es am Arsch war auf den Raten Haltet Haltet Ich mach immer den alten Scheiß auf Du hast so neuer das Handy als ich, du vollidiot Und ich hab ihn gefickt Ja, aber auch einen Was bist du jetzt eigentlich? Scheißdruck dran was da steht Ja, hier füllen mich alle mal, alter Was? Das ist Spaß Oh, Markus, das ist dein letzter Part Ich würd mich mal verabschieden Ja, das war dein letzter Part? Ja Endlich nicht mehr mit dir aufnehmen Ja Hat Markus schon beendet? Markus, du nimmst immer noch auf So Leute Ihr müsst es wissen Markus ist wieder aufgestanden Und die Tür rausgelaufen Hallo? Krass Ja, ich bin noch da, hi Richtiger Uh, mein Handy Wo ist meiner? Hä, wie deiner Kannst du es mal fertig moderieren? Kannst du es mal fertig moderieren? Was hast du denn jetzt immer noch auf? Ich weiß Kannst du es mal fertig moderieren? Das ist dein letzter Part Tschüss Verabschieden die dich jetzt, los Ihr seid geile Hengste Los jetzt, mach richtig Ne nö, war's schon so ne Ja, danke fürs Zuschauen Immer mal wieder schönes Let's Play Mit Marcel Juli Weißt du, das ist glaube ich das erste Projekt Das Markus überhaupt abgeschlossen hat Wir sind am Handy, weiß Hahahaha Also, ne Gut Mach ich da die Abo-Ration Markus einfach zu ihm kommt, wenn der das Mich wundert, dass das überhaupt wusste, wo er hin muss In einem geschlossenen Raum Mit einem Mensch drin Also Leute, dann Dankt Markus für's Warum guckt der weg? Egal, dann dankt Markus für's Ah, hält's Maul! Dann dankt Markus für's zu Dann dankt Markus für's zu Dann dankt Markus für's zusehen Wenn's euch gefallen hat Abonniert mich Deabonniert Juli Asi Und ja Dann sehen wir uns beim Part von Juli Bis dann und Ciao Ciao Tschüss